Willkommen zurück zum nächsten Part von Assassin's Creed 1. Ja, und der letzte Part war ja ziemlich lang. Und ich hoffe, dieser wird nicht so lang. Und ich halte mich jetzt auch ganz kurz. Und wir retten alle Bürger. Yeah. Ja, ja, ganz toll. So. Hep. So. Ähm, du brauchst gar keine Angst zu haben. Du bist ja nicht auch der Nächste. So. Geschafft, yeah. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Yo, mach das. Einen von zehn Bürgern gerettet. So. Und dann gehe ich einmal, ich würde sagen, hier so im Kreis. So. Ja, man. Ich hasse diese Kameraperspektive, wenn die noch so lange andauert. So. Und dich kriege ich weg. Ha. So, das hast du jetzt davon. Und hier bin ich falsch. Ich muss hier durch. Und das war schon der nächste Bürger. Schläge. So. Der nächste. Kommt schon. Also geht gar nicht Dann kommt Und du auch noch Komm her Geht doch Hä? Achso, da ist noch jemand Penna, was soll das? Komm halt hier, steh auf So, jetzt aber Hallo Jaja, du dankst mir, du dankst mir, ganz toll Ich danke dir aber nicht So Schnell weg hier Boah, wie die hier alle weglaufen Nur weil ich Ich helfe denen doch und die alle Mörder, Mörder Rollen direkt rum Äh, sorry, das wollte ich nicht Das war echt nur zu 50% Absicht Wirklich So Dann renne ich auf jeden Fall schon mal zum nächsten Burger So Ha So Ja, warte, wenn ich synchron bin, dann helfe ich dir Hallo, ich bin der Weihnachtsmann Und ich bin der Osterhase Und Das ist der Mann Der dir in den Magen schlägt Hey, nicht so gewagt So, hast du jetzt davon Ja, du brauchst hier gar nicht erst Doch, Mann Hat nicht geklappt So Und ihr müsst mal kurz dranbleiben, bitte Und da bin ich wieder Habt ihr mich vermisst? Also ich hab euch vermisst War das der Letzte? Ja, ja, ja War das der Letzte? Ja, war der Letzte Toll Ich hoffe es Doch Riskiere ich besser nichts Und eile heim Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde Ihr habt meine große Dienst Hey, merkst du nicht, ich laufe weg Ich will es nicht hören Das vergesse ich nicht Ja, anscheinend Merkt das nicht So So, weiter geht's 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 Da, ich will dich rammen Haha Ich hab dich gerammt Muhaha So, hallo Hui Jetzt nehm ich mal die Dolch Hey, ha Das kann ich jetzt So Nicht labern Sterben gehen Kommt Haha Du stirbst So Ja Mein ey, nicht auf den Boden Gucken, verdammt Und wie viele sind das hier, bitteschön So Dollt Komm her Ich hab noch drei Wurfmesser Hör was, du muckst auf Hör Aufmucken Gleich Zähne spucken Nächste Oh nein Ich vergesse mal, dass ich ja jetzt Das abwehren kann Ja, hier Provokation Provokation Führ zu Tod Ach komm einfach her So Hallo Der Herr sei gepriesen Jo Der Herr sei gepriesen Find ich auch ganz toll Der Herr sei gepriesen Der hat mich gerettet Die Stadt wird von eurer Tat erfahren Ja, endlich mal eine Die nicht so viel labert So Und ab zum nächsten Bürger Äh, nicht ins Wasser fallen, bitte Ja, natürlich Ich verstehe auch, was du laberst Ne, ist klar Ja, total Äh, da So, da ist Hallo So Gott ist auf meiner Seite Du hältst dein Maul Nächster Freundchen Dann greif ich jetzt an Verdammt Geht doch Cool Finde ich ganz toll Ähm Gehen wir zuerst da oben die Beine machen Oder hier unten Ich würde sagen nach hier oben Dann haben wir die So Die Hälfte haben wir auch gerettet So Ah Ey, ganz ehrlich Halsmaul Geht doch So Hab ich nicht, nein Ähm Es wird auf einmal so ruhig Ist man ja gar nicht gewöhnt Dass man hier nicht verfolgt wird Oder dergleichen So Und Wo sind jetzt der nächste Bürger Nein Oh Ein Glück Ich dachte schon, ich sterbe Oh Das war echt Glück Ah, und ein Templer steht da Hallo So Der hat mich noch nicht mal bemerkt Oh nein Oh nein Ja, jetzt ist das hier auch desynchronisiert Na toll Ja, kommt her Verdammt, ey Aber ich versuche jetzt mal was Hier sind ja so schöne Nichts nach mir greifen Hier Verdammt Verdammt Ja So Du jetzt auch dein Maul Oder guckst nicht so auf den Boden So Hep Der nächste bitte Ach komm schon So Jetzt auch deine Klappe Wurfmesser Wurfmesser Das ist reine Zeitverschwendung Du willst sterben So sei es Ich hole mir deinen Kopf Komm her, los Kommt schon Ja So Das hast du davon Ach man ey, alter ihr So Jetzt greif ich mal an Weil ich hab keinen Bock So lange zu warten Ach ich hab keine Wurfmesser Mehr, schade Komm her, los Kannst du mal bitte sterben Danke So Man, man, man Hat das jetzt wieder lange gebraucht Ich wünschte meine Söhne Wären nur halb so tapfer wie ihr Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen Damit sie wissen Wie sich ein wahrer Held benimmt Ganz toll Mach das Ja Ähm Danke Darf ich jetzt auch wieder Selber gehen Cool Okay So Ja Schubst ihr mich nur immer rum Ist klar Und da vorne ist aber auch schon direkt der nächste Oh Äh Äh Sorry Hä So Halsmaul Gut, dass ihr gerade vorbeikamt Jo, gut Finde ich auch, dass ich gerade vorbeigekommen bin War gut Noch eine Minute Und sie hätten mich empfiehlt Entschuldigung Wahr Absicht Und jetzt aber schnell weg hier So Und jetzt müssen wir jetzt mit diesem weiten Weg gehen Bis wir bei den letzten drei Bürgern sind Ja Die Strecken sind schon was entfernt Das ist immer doof Ich versuche das ja mal so abzupassen Dass das so auf einem Weg alles liegt Aber Also anscheinend in Damaskus nicht möglich Zumindest jetzt nicht Äh In dem Gebiet Ja klar Ihr direkt zu zweit Bettelt ihr mich hier an Oder wie Ja, nee Äh Könnt ihr vergessen Ich hab selbst kein Geld Wie du schlägst mich Hallo Und Verschämtheit Oh, jetzt sind das wieder so viele Ach komm mal her du So Du hältst auch dein Maul Hey, du kannst doch flüchten Wenn du magst Nein, willst du nicht? Dann stirbst du Ich danke euch Ja, du dankst mir Du dankst mich Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen Das schwöre ich Cool So Ähm Ab geht's zu den letzten beiden So Äh Wo sind denn die jetzt? Ich glaub da hinten wo Oh, hallo Templer Ein Zehntel der Templer haben wir getötet Klasse So Äh Jetzt müssen wir anscheinend einmal hier rum Wenn das irgendwie klappt Äh Ach, ich geh einfach mal über die Dächer Geht wahrscheinlich schneller Es ist euch nicht erlaubt Hier zu sein So, mal gucken Hä? Warum? Wer blinkt mich hier an? Ihr habt nichts hier zu suchen Yes So Ähm Aha Okay Das Gebäude also Hat mich davon getrennt Wo sind denn die jetzt? Hey Alter ihr Lass los Lass die Stange los Boah ey Wo ist denn der? Ach da Ja Leute Ist okay Flüchtet ihr schon? Das find ich aber toll Du bleibst am Boden liegen Freundchen So Ja Das war der letzte Ich hoffe Jetzt labert ihr wieder so viel Riskiere ich besser nichts Und eile heim Ihr könnt darauf wetten Dass ich es vorerst nicht verlassen werde Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen Seid versichert Das vergesse ich nicht Ja Das interessiert mich nicht Äh nein Ich will nicht mit euch gelehrten laufen Ja Ist gut Leute Ey Könnt ihr mich mal rauslassen? Ey Wirklich Das sind alles nur noch so Damaskus Ich hasse dich als Stadt So Jetzt hier die letzten Vielleicht weißt du es nicht Aber deine Niederlage Besiegel So Du auch noch Und der letzte Bürger Endlich Ich danke euch Ich danke euch Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen Das schwöre ich Jo Und ich werde den Gefallen zurückzahlen Indem ich Im nächsten Part erst weitermache So Äh Und hier ist jetzt noch Ein Typ Den bestehle ich Kurz Ja Und der will sich jetzt Ah ne doch nicht Ja komm Lauf weiter Ach egal Scheiß drauf Wir sehen uns im nächsten Part wieder Tschüss